So, der Lein, da bin ich wieder. Mit meiner ausgiebenden Klettertour wurde es heute doch nichts mehr, da ich am ersten Viewpoint einen Ami kennengelernt habe und dann den Rest des Tages mit ihm verbracht habe, unter anderem mit ein, zwei Bierchen und bei der Hitze auf nüchteren Marken Bier, da könnt ihr euch vorstellen, wie der Rest zum Tag war. Nicht mehr viel, einfach nur noch am Beach gelegen, aber jetzt geht es dafür wieder lecker essen. Wieder Hotpot. Das ist mein Tisch. Die ersten Vorbereitungen. So sieht das hier aus. Da hinten steht mein Moped. Und wie gesagt, so einen günstigen Hotpot All-You-Can-Eat habe ich noch nie gesehen. 139 Watt und wirklich sehr lecker alles. Hier gibt es dann auch Steaks, Chicken, fritierte, Pommes und natürlich alles, was das Herz begehrt an Fleisch. Nudeln und so weiter, Salate, diverse Soßen und noch Nachspeise. Also ja, ich werde heute wieder sehr wahrscheinlich heimrollen, aber muss ja auch mal sein. Man gönnt sich ja sonst nichts hier, nicht wahr? In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Tag bei euch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer kleiner Hippie. Ich weiß, ich war immer noch nicht beim Friseur, aber habe auch noch keine Lust. Ich lasse es einfach mal drauf ankommen. In Koh Samui werde ich mich dann wieder sowohl die Platte wie das Gesicht lasieren lassen. Aber bis dahin, mal gucken, ob ich so lange aushalte. In diesem Sinne, bye bye, euer Andi und Tuer. Ciao.